Und jetzt möchte ich von der Wannerlesser Skisprung-Arena einen riesengroßen Geburtstagsapplaus erleben für Andreas Wank, Stab Nummer 52, Deutschland! Und der Andreas feiert heute bei uns, mit uns zusammen einen runden Geburtstag. Wir sagen Happy Birthday zum 30. Jetzt! Jawohl! Ja, das sieht doch gut aus für Andreas Wank zum kreisigsten Geburtstag. Wir gucken jetzt weiter. 109 Meter sind's für Andreas Wank. Stab Nummer 52 vom SC Hinterzarten, Andreas Wank. On his 30th birthday, number 52 from Germany. Please welcome Andreas Wank. Und jetzt schiebe er uns auf! Das sieht doch gut aus für den Andi. 112 Meter sind's. Andreas Wank, with 112 Meter. Und damit ist er momentan auf Rang 3.